Was ist die Bewegung zum Ball? Mit schnellen Bewegungen ist das Rückwärtslaufen so wichtig und ein Grundstein, um die Anahme von der Seite gut zu lernen. Was ist die Bewegung zum Ball? Was ist die Bewegung zum Ball? Was ist die Bewegung zum Ball? Was ist die Bewegung zum Ball?